Hallo und herzlich willkommen bei techviews.de. Heute möchte ich das Video dazu verwenden, um auf unsere Social-Media-Kanäle nochmal hinzuweisen. Insbesondere die kommende Woche, wo wirklich tolle Events bevorstehen. Die Fotokina steht an, der Verkaufsstart am kommenden Freitag für das iPhone 6 bzw. iPhone 6 Plus steht an. Wir werden vor Ort sein, wir werden aus einem Ladenlokal berichten, werden Impressionen aufnehmen, wir werden auch natürlich ein iPhone 6 Plus mitbringen, wir werden es unboxen, werden es ausführlich für euch testen. Und da lohnt es sich auch uns auf Facebook oder Instagram zu folgen. In der Beschreibung seht ihr die entsprechende Verlinkung. Folgt uns, unterstützt uns. Und solltet ihr hier auf YouTube uns noch nicht folgen und den Kanal abonniert haben, würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Ihr verpasst zukünftig kein Video mehr und unterstützt uns auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch bei diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir werden auf jeden Fall in der kommenden Woche voll dabei sein und in allen Kanälen quasi berichten. Also seid gespannt, unterstützt uns, folgt uns. Und gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, was die Fotokina anbelangt, was das iPhone 6 anbelangt, nutzt die Kommentarfunktion. Wir gehen gerne darauf ein. Bis dahin und ein schönes Wochenende noch.